In diesem Video sehen wir uns einmal an, wie man eine Bruchgleichung lösen kann. Und zwar 15 ist gleich 5x-5 im Zähler durch 7 im Nenner plus x Drittel. Hier soll nach x aufgelöst werden und die Frage ist, wie kommt man da eigentlich hin? Nun, das Spiel funktioniert folgendermaßen und zwar suchen wir einen gemeinsamen Nenner, einen Hauptnenner. Was haben wir hier jetzt gegeben? Nun, wir haben zwei Nenner oder eigentlich sogar haben wir drei. Warum? Nun, bei 15 ist ja im Prinzip der Nenner 1, also das ist ein Nenner, dann haben wir 7 und wir haben 3 als Nenner. Und die einfachste Möglichkeit besteht jetzt einfach darin, diese drei Nenner miteinander zu multiplizieren. Also 1 mal 7 mal 3 und das ergibt 21. Das heißt, wir versuchen jetzt jeden Bruch auf 21 im Nenner zu bringen. Also den Bruch hier auf 21 im Nenner, dann den zweiten Bruch hier und hier hinten den dritten Bruch ebenfalls. Alles auf 21 im Nenner bringen. Wie funktioniert das Spiel? Nun, um bei dem ersten Bruch, also bei 15 Eintel auf 21 im Nenner zu kommen, müssen wir Zähler und Nenner mit 21 multiplizieren. Also nehme ich auch die 15 aus dem Zähler und multipliziere mit 21. Ergibt 315. Dann beim zweiten Bruch, da haben wir 7 im Nenner, wollen auf 21 im Nenner, also müssen wir Zähler und Nenner mit 3 multiplizieren. Also hier auch den Zähler mit 3 multiplizieren. Wichtig, den ursprünglichen Zähler in Klammern setzen, weil wir müssen ja sowohl die 5x als auch die minus 5 mit 3 multiplizieren. Und dann hier noch der letzte Bruch, ursprünglich eine 3 im Nenner. Wir wollen auf 21 kommen, also müssen wir mit 7 multiplizieren. Selbe Spiel auch im Zähler, auch diesen mit 7 multiplizieren. Jetzt hätten wir alle Brüche auf 21 im Nenner gebracht und wenn wir jetzt mit 21 multiplizieren, fällt überall der Nenner weg. Also 315 ist gleich, dann in Klammern 5x minus 5 mal 3 plus x mal 7. Und schon sind die Nenner weg. Das können wir jetzt vereinfachen, also 315 bleibt stehen, ist gleich. Und jetzt multiplizieren wir aus, 5x mal 3 ergibt 15x. Minus 5 mal 3 ergibt minus 15 plus x mal 7 ist 7x. Wir vereinfachen. Und zwar haben wir hier etwas mit x und hier etwas mit x. Das fassen wir einfach zusammen. 315 ist gleich 15x plus 7x sind 22x minus 15. Jetzt addieren wir auf beiden Seiten der Gleichung 15. 315 plus 15 sind 330, ist gleich 22x. Wir wollen allerdings nicht 22x, sondern nur 1x. Also durch 22 teilen. 330 durch 22, das sind 15. Also x ist gleich 15, ist die Lösung für diese Bruchgleichung. Und wenn dich noch weitere Bruchgleichungen interessieren, dann schau mal in die Endcard bzw. auf meinen Kanal.